hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von eurer gameplayerin ja wir sind immer noch in den totenländern bzw in ferngrab und wir müssen zu den bruchgassen und ja müssen da erstmal ein badehaus so das hatte ich nämlich noch in erinnerung dass hier viele gegner sind jetzt muss ich mal eben schauen wir sind hier unten wir müssten also nach links aber dann die mittlere links obwohl wir können auch direkt darüber also entweder muss ich mich links halten oder ich muss mich rechts halten wobei links jetzt natürlich noch ein wegschreien gewesen wäre um dann nach oben zu kommen das einfachste wäre wahrscheinlich rechts weil man sich dann immer nur geradeaus sozusagen halten muss und immer nur rechts halten muss schauen wir mal werden auf jeden fall versuchen hier durchzureiten und nach möglichkeit nicht direkt abgeworfen zu werden könnte aber schwierig sein nicht gerade ein ort für lauschiges flamieren nee das stimmt ja und wir sind natürlich an einer stelle ausgekommen wo wir nicht mal eben weiter reiten können auch das ist so nervig glaube ich muss auch nicht unten oder hier geradeaus ja genau weise kommen wir jetzt natürlich wieder alle entgegen beziehungsweise hinterher so hier ist das badehaus ich weiß nicht ob wir nach oben oder nach unten müssen untersucht die badehaustür will noch jemand okay sie werden ausnahmsweise mal festgehalten basti macht mal seinen job findet einen weg in das innere des badehauses ja wie war das nochmal hier unten sehe ich gerade was leuchtet da bin ich nicht gut aber ohne scheiß ich habe absolut nicht gewusst wo die öffnung war also beziehungsweise das ist der hof des badehauses seht ihr diese vertiefungen das waren außenbecken wollen wir mal sehen ob wir von hier aus hinein kommen das waren außenbecken nein das muss mit ihr reden ich habe noch kein gebäude getroffen das nur einen einzigen ein und ausgang hatte sehen wir uns im innenhof um es muss einen anderen weg ins badehaus geben warum meint ihr dass es noch einen anderen weg in das badehaus gibt weil es ein großes gebäude ist und große gebäude haben immer mehrere ein und ausgänge außerdem sind wir nicht den ganzen weiten weg hierher gekommen um uns von einem magischen siegel auf einer badehaustür besiegen zu lassen durchsuchen wir den hof und finden wir einen anderen weg hinein ja und vor allen dingen ist es logisch wenn das sind außenbereich gewesen ist na wo die gewesen sind also wo die reingekommen sind quasi da sind diese öffnung in den felsen vielleicht können wir die hüllen darunter erreichen und so ins badehaus kommen wir sollten durch den unterbau ein weg hinein finden können er verläuft unter dem badehaus ja aber es wieder ein neues siegel da noch ein schutzzauber doch ich glaube wir kommen an dem vorbei ich habe da eine idee nein nicht bastian man muss sich auch immer dazwischen quetschen hier im gegensatz zur tür draußen gibt es hier alles was wir brauchen um die magie zu stören die den schutzzauber aufrecht erhält und ihn so zu bannen ich habe schon gesehen wie dädra solche kristalle für die verschiedensten dinge verwendeten kristalle wovon sprecht ihr ich habe inmitten der trümmer in dieser halle ein luminit erspäht das ist ein detrischer kristall der die hintergrund energie in sich aufnehmen und speichern kann die überall im reich des vergessens pulsiert wir werden ihn brauchen um anzufangen ein luminit finden verstanden und danach danach bringt er das luminit zu der dynamusquelle dort drüben diese hintergrund energie die ich erwähnte die quelle absorbiert sie platziert das luminit auf der quelle dann wird es mit der energie aufgeladen das luminit eine quelle aufladen und dann zu guter letzt steckt ihr das aufgeladene luminit in den entlade limbus neben der tür dadurch wird die energie aus dem kristall freigesetzt und der schutzzauber gestört zumindest ist das die idee ich habe die dädra alle möglichen dinge tun sehen indem sie luminite quellen und limby benutzten in ordnung ich suche einen luminit und folge euren anweisungen denkt daran sucht ein luminit ladet ihn an der dynamusquelle auf und platziert danach den geladenen kristall im limbus neben der tür sobald ihr verstanden habt was es mit den luminiten auf sich hat könnt ihr mit ihnen allerlei dinge im reich des vergessens anstellen könnt ihr mir noch mehr über das luminit erzählen so wie ich das verstanden habe bildet sich luminit auf natürliche weise in der leere und regnet manchmal auf verschiedene reiche herab manche sagen luminit sei eigentlich kristallisierte stücke des vergessens wer weiß ich habe gesehen wie dädra luminit sammeln laden und als energiequelle nutzen als energiequelle nutzen wie genau nun wenn man luminite eine dynamusquelle und ein entlade limbus hat kann man mit der energie tore öffnen dürfen anfachen und foltergeräte betreiben all solche dinge wir werden das verwenden um den zauber an dieser tür zu überladen und damit zu brechen was ist der zweck der dynamusquelle hört mal ich habe nur gesehen wie die dädra sie verwenden die dynamusquelle ist genau das eine art von quelle statt wasser quillt aber energie aus ihr hervor vielleicht ist ein atronach darin gefangen oder vielleicht ist es der umgebene dynamismus der durch diesen raum zwischen den reichen strömt dynamismus ich bin keine detrasche gelehrte klar ich weiß nur was ich weiß dynamismus ich hörte die dremora im haus caprice darüber reden so nennen einige wohl die energie das reich des vergessens oder die energie im reich des vergessens es ist verwirrend doch es ist energie die wir nutzen können erzählt mir von dem entlade limbus grundlegend gilt steckt man ein geladenes luminit in einen limbus gibt es die im kristall gespeicherte energie frei die meisten limby die ich gesehen habe sind in größere maschinen eingebaut ich bin mir nicht sicher wozu dieser limbus hier ursprünglich diente können wir den kristall nicht einfach zu schlagen die energie frei zu geben könnte man doch dann käme es zu einer verheerenden explosion es ist besser die entladung durch den limbus zu kontrollieren außerdem kann man das luminit immer wieder verwenden aber nicht wenn wir es zerschlagen ja das klingt logisch ähm so moment das ist das ist auf jeden fall ein loop bringt das luminit zur dynamos quelle ja also da platziert das luminit in der dynamos quelle dadurch sollte das war's sieht nur wie der kristall voller energie vor funken spult nun platziert ihn im steckt den geladenen kristall in den limbus und trete zurück ihr wollt nicht verbrannt werden es hat geklappt und jetzt wisst ihr wie man geladenes luminit verwendet wollen wir mal sehen was hinter dieser tür ist müssen die immer wieder reden wenn ich darauf gedrückt hat man okay das war klar wir müssen einmal runter was die du bist der ting walte deines amtes und walte immer an der letzten stelle deines amtes ja ihr müsst mir jetzt natürlich den weg versperren war ja klar was ist mit dir wo ist basti was ist mit dir du rennst schon weg okay hallo kommst du jetzt her hallo ja hat ja super funktioniert warum konnte ich nicht blocken und warum hat er nichts gemacht ich habe absolut keine ahnung ist aber nicht schlimm weil dann haben wir keine aggro mehr ich muss es manchmal nicht verstehen ich meine mein leben ist voll aufgeladen ich war im angriff er hat den angriff nicht gemacht dann habe ich geblockt er hat nicht geblockt also ich habe keine ahnung manchmal ist es irgendwie hier aus bis zu viel käfer sie leuchten wieder ich sehe mein zauber hat die erbeten hilfe gebracht ich hätte nicht gedacht dass mehr als eine von euch kommen würde lürand ah mein einfacher zauber bringt endlich ergebnisse ich hatte gehofft dass er euch zu mir bringen würde kleine sterbliche ich arbeite so viel lieber mit bekannten größen doch wer ist diese andere sterbliche die ebenfalls mein leuchtendes mahl auf ihrem fleisch trägt lürand das ist die anakuretin anakuretin darf ich vorstellen die dremora lürand die anakuretin eine ungewöhnliche bezeichnung selbst für eine sterbliche ihr fragt euch bestimmt warum ich euch rief und dennoch nicht zur stelle war um euch zu begrüßen als ich hörte dass schwester seldina in ihrem hauptquartier in den bruchgassen eingetroffen ist musste ich rasch handeln habt ihr schwester seldina gefunden ihr könnt offenkundig sehen dass ich das nicht habe es kostete mich mehr zeit als ich erwartet hatte diesen ort ausfindig zu machen außerdem hat es sich als schwierig erwiesen hinein zu kommen doch da wir nun zusammen sind gehe ich davon aus dass wir etwaige hindernisse rasch überwinden und schwester seldina aufspüren werden warum wollte er so dringend schwester seldina finden meine gründe sind meine sache kleine sterbliche dies sollte euch genügen ich will feststellen wie schwester seldina vorhat die weihruhen zu benutzen um die kontrolle über ferngrab an sich zu reißen sie will seine vielen portale als torweg zwischen den totenländern und nirn verwenden was sollen wir für euch tun die rand selbst tremora mit meinen talenten können nicht erwarten allein gegen die darwinisten und eine armee lebender katastrophen zu bestehen ich will schwester seldinas geheimnisse ihr wollt das reich der sterblichen vor der vollkommenen zerstörung bewahren gemeinsam können wir beides schaffen was könnt ihr mir über schwester seldina erzählen sie ist schlau und skrupellos eine mächtige kombination für eine sterbliche sie gebietet über die dagonisten hier in ferngrab und überwachte die erschaffung des kataklysten sie hat vor mit diesem gerät eine armee aus lebenden katastrophen zu erschaffen die sie auf nirn loslassen kann lebende katastrophen daedra die mit der macht versehen wurden große zerstörung über das reich der sterblichen zu bringen und es merunes dargon leichter zu machen nirn zu erobern wusstet ihr dass er das schon einmal versucht hat dargon brach eine vereinbarung und die tore zwischen den totenländern und nirn wurden versiegelt er kann sie nicht benutzen welche vereinbarung hat merunes dargon gebrochen dann will schwester seldina ferngrab also erobern damit dargon seine portale nutzen kann dann will schwester seldina ferngrab also erobern damit dargon seine portale nutzen kann und mutmaßungen daher hoffe ich genau das herauszufinden und ich will den kataklysten untersuchen der angriff auf ferngrab könnte jederzeit beginnen sollen wir weiter vordringen und herausfinden was seldina vorhat aber natürlich das leuchten ist wieder weg der zauber hat seinen zweck erfüllt es wird nicht wiederkehren nun zu diesem schutzzauber kommt in der kammer dahinter regt sich etwas ja soll ich wieder vorgehen war ja klar jetzt rennt sie auf einmal los wenn ich kaum hat man hier in den sekt angeschossen rennen sie alle los die drehen oder wieder nun ihr kommt zu spät das ritual ist das ritual ist dargons segen hallt zwischen den beiden wieder bald wird eine welle der zerstörung ferngrab überrollen und die daedra vernichten der zauber was geschieht mit uns ein fähnchenträger fähnchenträger sind immer schlecht bei teso die sind immer stark der jetzt nicht so achso das ich muss doch grad noch fragen was ist die vairo Moment da du wirst hier gar nichts vernichten wir verlichten erstmal hier ah zu spät lutscher ich schätze mal sie hat mehr daraus gehört dass wir und sie hat verstanden einen Moment um Schwester Seldina ist überhastet aufgebrochen sicher hat sie etwas zurückgelassen ja wir sehen uns einen Moment um wir sammeln hier erstmal die ganzen Sachen zusammen wir sammeln die Sachen zusammen ist das kein tolles deutsch du gehörst hier nicht hin das ist ein sauberes das ist doch hier schon das Badehaus oder wenn ich das richtig verstanden habe äh äh Hallo Wolfi geht's noch jetzt ist unten auf einmal eine Markierung wollt ihr mich jetzt hier veräppeln die ganze Zeit die ganze Zeit sieht man nix und jetzt auf einmal ist unten eine Markierung ist aber nicht schlimm weil dann sammeln wir halt jetzt noch eben die restlichen Sachen kurz zusammen was soll's wir brauchen ja auch noch ein paar uh edle Fischbrühe nach Protatenart ja da sieht man mal wieder was man nicht so alles finden kann wenn man sich ein wenig umschaut so oder habe ich was gefunden und deswegen kann ich jetzt mit Leran sprechen ich weiß gar nicht was ich gefunden habe ich hätte nicht gedacht dass Schwester Seldina zu solch mächtigen Ritualen in der Lage ist ihr habt euch gut geschlagen Sterbliche nur wenige Augenblicke länger und die Magie wäre über ganz Ferngrab hereingebrochen so dass die Stadt schutzlos gewesen und sämtliche Detra vernichtet worden wären einschließlich mir ich habe das Ritual aufgehalten aber Schwester Seldina ist entkommen ja aber sie floh übereilt das bedeutet dass sie wahrscheinlich etwas zurückgelassen hat durchsuchen wir dieses Badehaus bringt mir was immer ihr findet die zurückgelassenen Paraphernalien von Schwester Seldina könnten von Nutzen für mich sein und sie könnten euch mehr über die Bedrohung von Nirn verraten also ich hätte dieses Rezept gefunden wisst ihr worum es bei diesem Ritual ging wie hätte es dem Kult geholfen Ferngrab zu erobern soweit ich nachvollziehen konnte soweit ich nachvollziehen konnte verstärkten die Vairun die Gefühle der Sterblichen in der Stadt und leiteten die so erzeugte Energie in das Ritual von Schwester Seldina sie plante diese Energie einzusetzen um die Detra einschließlich des Griffes zu vernichten und die Stadt wehrlos zu machen sollten wir nicht Schwester Seldina nachsetzen das würde nichts bringen die Dagonisten sind ausgezeichnet darin in den Schatten zu verschwinden Schwester Seldina wird noch früh genug für ihre vielen Schmähungen büßen für den Augenblick sollten wir einfach nur nachsehen was sie bei ihrer Flucht zurückließ in Ordnung ich werde nachsehen was ich im Badehaus finde ja eigentlich stand ja eben schon da dass ich das Badehaus durchsuchen soll aber irgendwie weiß ich nicht ist heute alles so ein bisschen durcheinander habe ich das Gefühl verschlüsselte Nachricht das weiß ich nicht ich durfte ja gar nicht gucken du warst ja direkt da sagt mir was ihr gefunden habt und ich werde feststellen welche Bedeutung es für meine Suche oder eure hat ich habe diese Nachricht gefunden ich kann mir keinen Reim darauf machen hm mir geht es genauso und wo eure Lesekompetenz in Frage steht ist dies bei meiner ganz gewiss nicht so das ist keine Sprache weder eine der Sterblichen noch eine der Dädra das hier ist in einem Code verfasst einem den die Dagonisten für ihre etwas geschütztere Korrespondenz verwenden könnt ihr das entschlüsseln nein und genau so wenig könnte das irgendein niedriger Rekrut den wir auf der Straße einfangen und der Information wegen foltern dieser Code ist der Elite des Ordens vorbehalten wir werden jemanden finden müssen der das entschlüsseln kann ich bin mir sicher ein Ferngrab muss es jemanden mit diesen Fertigkeiten geben was sollen wir jetzt machen wir sollten gehen die Streitmächte des Kult mögen zerstreut sein doch zweifelsohne wird Schwester Seldina Truppen schicken um sich um uns zu kümmern wir sollten nicht hier sein wenn sie eintreffen vielleicht kann die Anna Koretin einen Treffpunkt fernab neugieriger Augen vorschlagen kommt ihr mit uns was ich suche entzieht sich mir noch immer daher sind unsere Angelegenheiten noch nicht abgeschlossen ihr solltet dankbar sein ich kann eine mächtige Verbündete sein wenn ich in der richtigen Stimmung bin ich treffe euch im Ferngrab ich bin mir sicher die Anna Koretin kennt jemanden der den Code entschlüsseln kann die hat einfach gelauscht die kommt einfach hier hoch und sagt das gleiche wie Lurand ja dann würde ich sagen machen wir das auch aber ich würde sagen dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge im Gasthaus treffen werden und schauen werden was wir da noch alles beschließen können bis zur nächsten Folge Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren